hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohquarty wir spielen heute rocket league und mit dabei ist kai hallöchen ok los geht's ja was war das denn ich musste kurz mich räuspern damit ich auch mal euch mit meiner unterhaltungskunst unterhalten kann was auch hier ich kann noch was schreiben und lacker fangen ich glaube der aus deutschland der will nicht schreiben doch ans team egal so seit langer zeit mal wieder rocket league dementsprechend sind wir auch noch ziemlich kacke aber das ist ja nichts neues hier jetzt nein doch ich warte hier auf die richtige chance ja hier ist sie doch ok ja ja da kann ja nichts machen wenn er so flach dahin kommen weiße da muss dann auch mal die flanke kommen du hast du doch renken lassen erst letztens oder was ich erst renken lassen ich war gerankt jetzt nicht mehr ja was ist das nicht mehr sieht man jetzt kein tor mehr hin weiter siehst du das er war sonst zeit immer drin locker sage ich dir ja sage ich dir auch man verteidige mal lieber wir haben richtige scheiß auto ich fand mich immer um uns ist gewohnt das gut verteidigt du brauchen man vorsicht ist kein zweites dinge rein bekommen ja erst mal daneben springen ja aber was er spielt so richtig kacke guter schuss sind zeitlich voll scheiße ja veteran was willst du machen ist ja schon verloren okay du bist jetzt unser stürmer das heißt wir ein bisschen power sehen da vorne das ist doch dreck die runde richtig scheiße geht voll jetzt kommt ihr dribbling cristiano ronaldo oh man es ist so richtig langatmig was ist das die spiel so kacke ja siehst du fast 3 0 fast 3 0 ich bitte dich wo waren da fast 3 0 jetzt los gut gerettet top forward weg jetzt jetzt machen tor ich hatte kein boost mehr auch verrückt ja ja sicher da kann jetzt deine chance macht er das ja 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 gutes ding super hat der gut gebrauchter junge wunderbar um die neon röhren pimp my right kennst du das noch so ein lucky ding richtig dumm da kann man nicht dies machen er ist halt mega lag guck mal ja das sind so und so getore schaff ich halt nie ist so habe ich auch nie ist er drin der wort raum zur verfolge hat das wird tor des monats wunderschön angeschnitten an der seite das kann nur ein wahrer profi sein guck mal ich habe geschrieben das ist mein erstes spiel im ganzen gelben da schreibt was du bist ein profi hast du nicht ein tor geschossen diese menschen die keine ironie verstehen aber die geben uns auf den sack dein erstes spiel im ganzen game mein erstes tor habe ich geschrieben er ist halt auch geglaubt so richtig dumm jawoll ne anpfosten anpfosten warte warte was heißt hier warte wir hätten hier reingelegt und man sag doch dass ich dann rangehen kann ja hab ich doch verteidige mal oh nice ein tor ist auf jeden fall drin los jetzt ich habe keinen bock gegen solche spackos zu verlieren wegen solche post gar nichts können oh jetzt ja du du bist immer voll weit an alter leg mir den vor ich mache ihn rein ok fahrer rückzieher fahrrad oh scheiße warte oh man man das ist kommt der safe drin jetzt warte ich fahr dagegen und dann lege ich ihn dir vor oh ich glaube der ist für uns gleich safe drin los nach vorne äh hinten meine ich ja mann da springt da nicht hoch genug mann richtige kacke alter scheiß auto guck's dir an das ist doch das ist für ne kacke ja es hat auch wieder glück gehabt dass der ball so hochkommt jetzt ja noch locker gehabt weißt du ist so nun wotts schon wieder geht er rein nein schade ich hätte vorher kurz abbremsen müssen oh dann komm zu uns zerstört ey der kommt gut sicher ja warte 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 lass mich dann ich mach den jawoll yes los anschlusstreffer da ist noch was einer ist nur drinnen 3-4 hier auf schalke hat die arena überhaupt nen Namen ne schalke keine ahnung fälschensarena sieht so aus hä egal fälschensarena heißt die hier so nein die von schalke oder äls das ist product placement ähm was ein product placement schaumburger man warte freu mein herz der freu man jetzt schießt ihr wahrscheinlich noch ein tor ja wenn wir so kacke sind haben wir es hat auch nicht anders verdient ja jetzt halt die wahl ist halt echt die wahl ist es oh nein ist es denn die wahrheit warte legt mir die noch mal kurz oder warte scheiße wirst du was machen könntest du nicht verlieren alter quitten 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 oh ja ok haut noch eins rein jetzt auch egal super alles klar bye tschüss komm raus jetzt kommen sie hier mit gg weißt du oh ja null muss aber einmal losfahren hä was wird das oh ist das scheiße was gegen solche leute hat spaß gemacht ich will jetzt flame was schreibe ich denn jetzt oh limitierter dachaufsatz kürbis ich hab auch yes yes weg einfach weg ähm achso wir nehmen ja noch auf ups danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal